Okay, also ich habe PC-Emulatoren für Code-Analyse schon ziemlich lange benutzt, und ich schätze irgendwie schon seit den 90ern ungefähr. Hauptsächlich, weil man eben an der Hardware rumfummeln kann, und irgendwelche Tricks machen kann, aber Coemo ist tatsächlich noch viel mehr, als jetzt nur irgendwie für Code-Analyse ein Emulator zu sein. Und die Hinzufügung von Virtual Secure Boot zu Coemo wird meiner Ansicht nach gerade im Bereich Cloud Computing sehr wichtig sein. Der folgende Vortrag von Gerd Hoffmann wird sich halt eben mit den ganzen Schritten befassen, die auftreten, um Secure Boot zum Laufen zu bekommen. Habt viel Spaß bei seinem Vortrag. Hallo, ich bin Gerd Hoffmann. Ich arbeite für Red Hat seit ungefähr zehn Jahren im Virtualisierungsteam für Coemo und auch an KVM und dem Kernel-Seite. Eine meiner Arbeitsgebiete ist Firmware, deshalb gebe ich diesen Vortrag heute an. Zuerst möchte ich über einige Terminologie gehen, worüber ich in diesem Vortrag reden werde und wie man einen Plan baut, um Secure Boot für virtuelle Maschinen aufzubauen und wie man das implementiert in allen drei verschiedenen Unterprojekten. und als nächstes dann eine kleine End-on-Session, wie man das macht, wenn man dort selber rumbasteln kann. Mit genügend Zeit vielleicht auch eine kleine Demo und natürlich am Ende Q&A. Wir beginnen mit der Thematologie. Das erste ist natürlich Secure Boot. Es ist spezifiziert in der UEFI-Spezifikation 2.3.1. Das Ziel ist von Secure Boot, dass kein nicht getrusteter Kernel auf der Maschine laufen kann. Das sind der ganzen Komponenten, die gestartet werden. Die grundsätzliche Idee ist, jede Komponente hat eine eigene Komponente, die sich gegenseitig checkt. Also die Firmware prüft den Bootloader, der Bootloader prüft die Kerne und der Kernel prüft die Module und die Treiber, nachdem sie in den Adressraum geladen werden. Alle diese Schlüssel dafür, um das Ganze zu benutzen, werden von der Firmware verleitet. Das bedeutet, damit das Ganze funktioniert, die Firmware selber muss natürlich im Speicher, natürlich auch der Speicher für die Schlüssel, meistens Flashes, muss geschützt werden, damit das Betriebssystem oder Malware, die versuchen, das zu infizieren, das nicht modifizieren können. Und wie wir das für virtuelle Maschinen implementieren werden, sind dieses Vortrags. Als nächstes QEMO, das ist ein Open-Source-Computer-Emulator und Virtualisierungsmaschine. Es emuliert alles, was es an einer physikalischen Maschine gibt, also das Chipset, die Timer, die Interrupt-Controller, natürlich auch alles, was man benötigt, um mit der Maschine zu interagieren, Grafikkarte, Keyboard und so weiter. Auch mit NVMC-Server kann man natürlich dann auch dazu reden. Speicher natürlich, Netzwerk, USB. Das nächste ist KVM, die Kernel-Virtuelle Maschine. Es ist ein Treiber für den Linux-Kernel, der bereitstellt für Applikationen. Auf der X68-Architektur sind die VM-Exact-Erweiterungen, die SFRM-Erweiterungen und auf ARM ist es der Hype-Mode. Und für andere Architekturen, die auch unterstützt werden, benutzt QEMO, also aktuell KVM, für die CPU-Virtualisierung. Das bedeutet, der Code von der virtuellen Maschine läuft direkt auf der richtigen Maschine. Das ist die schnellste Variante, das zu benutzen. Die andere Option von QEMO ist TGZE, which stands for Tiny Code Generator. Es ist ein Teil von QEMO. Es wird benutzt, wenn man nicht auf der gleichen Architektur arbeitet. Zum Beispiel, wenn man einen ARM-Gast auf einer X68-Maschine emuliert, dann können sie nicht direkt auf der CPU laufen. TCG wird das übersetzen, um die Guest-Instruktion, die Host-Instruktion und das Ganze ausführen. Und es kann natürlich auch genutzt werden, um CPUs ohne Virtualisierung-Support zu benutzen. Manchmal, wenn man Dinge auf KVM benutzt, ist es manchmal zu schnell, insbesondere für alte Guest-Systeme. Zum Beispiel ein altes Windows-System, was in einer ganz bestimmten Version, wenn man das auf einer heutigen Hardware mit KVM benutzt, ist es so schnell, dass die Kalibrations-Schleife so schnell läuft, dass Windows abstürzt. Der leichte Fix ist, KVM abzustellen und stattdessen TGZE zu benutzen. Nächstes, EDK2, das steht für EFI Development Kit Version 2. Das ist die Referenzimplementation für UEFI, zu erhalten auf tianocore.org und der Source-Code ist auf GitHub zur Verfügung gestellt. Mehr interessant für QEMO ist OVMF, Open Virtual Machine Firmware. Ist eine X68 UEFI-Implementation für QEMO, was in der Tat in diesem Pfad im EFI Development Repository liegt. Es kommt mit Treibern für Vitio und VGA-Geräte und das EDK-Repository hat auch Firmware für ARM, falls man damit rumspüren möchte. You can find it there. CBIOS ist die Default-Firmware in QEMO. Also falls man QEMO startet und man möchte eine andere Firmware starten, bei Default bekommt man CBIOS. Und man kann Coreboot als QEMO-Interface haben für das BIOS oder CBIOS oder eben auch Coreboot als QEMO-Firmware. Das ist alles über die Thermologie. So, das hier ist also, wo wir vor ungefähr zwei Jahren waren. Secure Boot Support ist im EFI Development Kit verfügbar schon ziemlich lange. Es nutzt OpenSSL, um die Krypto zu machen, aber es ist nicht Teil vom Repository, sondern man muss das halt über den Taball importieren und einige Patches anwenden, weil es da in der EFI-Umgebung doch einige Unterschiede gibt, zum Beispiel kein Standard I.O. Und dann kann man das einfach bauen, also indem man die Secure Boot Enable Option setzt und dann hat man eine Firmware mit Secure Boot Unterstützung. Aber das Problem hierbei ist, dass die Firmware selbst nicht geschützt ist, also der Speicher und der Hintergrundspeicher ist halt nicht geschützt und auch der Flash, wo die Keys dann rumliegen und die EFI-Variablen liegen, der ist auch nicht geschützt. Das heißt, ein bösartiger Gast könnte dann immer noch machen, was er will. Es ist zwar noch irgendwie nützlich, wenn man zum Beispiel Software mit Secure Boot Unterstützung entwickeln möchte und man kann das eben nutzen, um zu überprüfen, dass man die Interfaces auf die korrekte Art und Weise benutzt, aber es ist halt noch nicht so ganz das Ende vom Lied. Wenn man dann QEMO Support für irgendwas Neues entwickelt, hat man im Prinzip zwei Möglichkeiten, das zu tun. Eine Option ist, dass man ziemlich nah an echter Hardware dranbleibt, also das heißt, man emuliert irgendetwas, das in der echten Welt existiert. Und die andere Option ist, dass man etwas vollständig Neues entwickelt, also eine komplett virtuelle Softwarelösung, man kann da ja alles machen, was man will, das ist ja Software und beide Ansätze haben irgendwie Vor- und Nachteile. Das heißt, wenn man halt etwas Existentes einfach nur emuliert, dann funktioniert es halt leichter auf der Gastseite, weil die Gäste halt einfach diese Hardware sehen, obwohl sie nicht echt ist. Die Gäste können halt damit umgehen, haben schon Treiber dafür und das Gastbetriebssystem wird einfach in der Lage sein, diese Hardware zu benutzen. Und es ist auch normalerweise einfacher, virtuelle und physikalische Maschinen zu managen, weil es eben den Unterschied zwischen den beiden Setups sehr klein hält. Auf der anderen Seite kann es halt relativ teuer sein, sowas zu emulieren, hängt natürlich ein bisschen von der Hardware ab. Ein Beispiel sind die alten USB-Adapter, die relativ schwer zu emulieren sind in einer Virtualisierungszeit, die relativ viel CPU-Zeit verbrauchen. Und es gibt es schon lange, aber wenn man halt ein virtuelles USB-Target an eine virtuelle Maschine verbindet, verbraucht, das verdammt viel CPU-Zeit. Ein anderes Problem ist, dass man limitiert darauf ist, was die physikalischen Hardware-Features können. Also das wird halt heute zum Beispiel ein Problem mit dem Serious-Grafik-Adapter, der deswegen auch nicht mehr der Standard-Grafik-Adapter ist. Serious VGA ist ein Design aus den 90ern und kann einfach nicht mehr mit den heutigen Anforderungen Schritt halten. Die andere Option ist dann, etwas komplett Neues zu machen, also Paravirtualisierung. Man hat dann natürlich mehr Freiheiten im Design von den Dingen und man hat normalerweise auch bessere Performance. Wenn man es clever macht, kann man viel Co-Sharing betreiben. Zum Beispiel kann man bei den ganzen Virtua.io-Geräten für Scasi, Network und so weiter, die nutzen alle das gleiche Ringformat, um den Datenaustausch zwischen Host- und Gaspis-Systemen zu realisieren. Und man kann auch einige Sachen stark vereinfachen, weil es halt eben eine virtuelle Maschine ist und manche Sachen einfach einfacher sind als auf physikalischer Hardware. Der Nachteil davon ist natürlich, dass man eben die Gasttreiber schreiben und warten muss. Das ist nicht so ein großes Problem, wenn man jetzt nur Linux benutzt. Die Treiber sind einfach Teil vom Kernel, also man merkt es nicht so. Aber unter Windows zum Beispiel ist es deutlich sichtbarer für den Nutzer, weil man eben ein spezielles Treiber-Image braucht mit den ganzen Virtua.io-Treibern drauf. Und wenn man halt, ja, also ein Problem von Vereinfachung kann halt auch sein, dass es einem dann auf die Füße fällt. Es kann dann zum Beispiel auf längere Sicht Probleme geben. Zum Beispiel gab es in der originalen Virtua.io-Spezifikation die Sache, dass man gesagt hat, wir haben eine virtuelle Maschine, wir wissen, welche Endianess wir haben. Und das heißt, wir nehmen einfach immer die native Endianess. Das heißt, wir müssen uns da nicht um das Biteswapping kümmern. Und das war keine gute Idee, weil heutzutage oder dieser Tage IBM die PowerPC-Architektur auf Little Endian umstellt, die vorher Big Endian war. Und die virtuelle Maschine startet dann aus historischen Gründen in Big Endian-Modus. Die Firmware spricht mit dem Virtua.io-Gerät in Big Endian-Modus. Dann wächst es halt irgendwann in Little Endian-Dienungskörnel. Und der wird dann auch irgendwie mit dem Virtua.io-Device reden, aber in Little Endian. Und das macht halt alles irgendwie nicht so viel großen Sinn, gerade auch bei PowerPC nicht. So, das sind also die Fallen, in die man so da reinlaufen kann, wenn man halt zu viel vereinfacht. Also, schauen wir uns mal an, wie die Firmware auf physikalische Hardware geschützt ist. Es gibt etwas, das heißt System Management heißt, alle Prozessoren seit ungefähr 20 Jahren, oder mindestens 20 Jahren haben das Feature. Und das Chipset kann halt einen Interrupt registrieren oder setzen, um in den System Management Mode zu wechseln. Und das hält dann den kompletten Zustand des Prozessors im Speicher und führt die Ausführung an einer anderen Adresse fort. Und es gibt dann eine spezielle Instruktion, mit der man wieder in den normalen Betriebsmodus zurückwechseln kann. Es wurde zum Beispiel für Power Management entwickelt, dass man keinen speziellen Co-Prozessor braucht, um das zu realisieren, sondern es einfach das Chipset machen lassen kann, in dem das Chipset halt eben diesen Interrupt wirft und dann den Power Management Code laufen lässt, also um zum Beispiel den Temperatursensor zu checken und dann die Lüftergeschwindigkeit zu regeln. Zeug wie sowas halt. Es gibt halt auch einigen Speicher, denen man nur aus dem System Management Mode auch zugreifen kann. Es ist ziemlich klein, 128 KB. Es ist ein Platz im Speicher, wo normalerweise der VGA-Frame-Buffer rumliegt. Und neue Chipsets haben zusätzlich dazu noch eine größere Section, die TSEC heißt, und die kann bis zu 8 MB groß sein. Und die ist dann am oberen Ende vom Speicher. Ja, also am oberen Ende vom Speicher, aber unterhalb von 4 GB, also im 32-Bit-Adressraum. Und die Konfiguration für SMRAM und TSEC kann komplett gesperrt werden. Das heißt, sobald es initialisiert und gesetzt ist, kann es dann nicht mehr verändert werden, bis die Maschine zurückgesetzt wird. Und das heißt, die Frage ist, können wir dasselbe auf QEMO machen wie auf der blanken Hardware. Der Vorteil ist dabei natürlich, wir können eben darauf hoffen, dass wir nicht zu viel neuen Code schreiben müssen. Denn wenn wir System Management Mode QEMO implementieren, dann können wir halt eben den bestehenden Code aus dem EDK2-Toolkit benutzen, um das zu händeln. Performance sollte nicht das größte Problem sein in dem Fall, weil es ja nur beim Boot passiert. Und das Problem aber ist, dass der System Management Mode eben für etwas anderes entwickelt wurde als Security. Und es hat einen ziemlich schlechten Track-Rekord in diesem Zusammenhang, also eine ziemlich schlechte Historie. Man kann da vergangene Congress-Talks sich anschauen über Probleme im System Management Mode. Das heißt, wir müssen noch relativ vorsichtig sein, wenn wir eben diesen Weg wählen würden. Und wir hatten bis vor kurzem noch keinen SMM-Support, also keine Unterstützung für den System Management Mode in KVM. Und TCG hatte nur ziemlich rudimentären SMM-Support. Das heißt, wir haben uns also trotzdem entschieden, SMM zu implementieren. Und jetzt schauen wir uns an, wie das in QEMO sieht. Also, QEMO kann zwei verschiedene Chipsets emulieren. Das eine ist von dem ältere, in der Mitte der 90er. Das ist so alt, dass es keinen TSEC-Speicher hat. Also können wir das gar nicht benutzen für Secure Boot, weil die EDK2-Implementation reicht nicht, um die in den SMM-RAM zu bekommen. Wir haben das neuere Q35-Chipset-Emulation. Also, das kann man mit Dash-M Q35 aufrufen. Wir haben einen gewissen SMRAM-Unterstützung. Das heißt, wir müssen TSEC implementieren und wir müssen auch LockPit-Unterstützung implementieren, wenn wir versuchen wollen, TSEC zu sperren. Und wir müssen testen, dass das auch wirklich funktioniert. Und wir müssen natürlich rauskriegen, wie man den virtuellen Flash schützen kann. Eine der Möglichkeiten, die wir nutzen können, ist die Memory API. Die ist bei der gleichen Person gemacht worden, die auch das andere gemacht hat. Das Ganze tut im Prinzip das ganze Memory Management einmal von oben nach unten kehren. Alle alten Versionen von QEMO hatten ein sehr einfaches Schema, um den Memory zu benutzen. Es gab nur ein Register und es bleibt dort so, bis das QEMO beendet wird. Und wenn man etwas anderes registert, dann an der gleichen Adresse, dann geht es einfach auch weg. Jetzt haben wir eine Hierarchie von Speicherregionen. Wir können sie jetzt hin und her bewegen, wir können andere Adressen benutzen. Das wird jetzt benutzt, um solche Adressräume zu benutzen. Und das ist ein sehr großer Schritt vorwärts, insbesondere für solche Randfälle. Zum Beispiel, wenn man an einem Netzwerkadapter arbeitet, und jetzt funktioniert es richtig, jetzt wird einfach etwas von dem Speicher verschwinden an der richtigen und es erlaubt uns auch mit etwas Problemen daran noch, dass jedes PCI-Gerät hat einen eigenen Adressraum für DMA und wenn man den Bassmaster dem Arbit nicht setzt im PCI-Kontext Raum, dann schaltet man auch diese Speicheregion nicht an. Das bedeutet, dass DMA seine Funktion einstellt. Es gibt einige Treiber, wie zum Beispiel die WordIO-Treiber, die noch nie auf richtiger Hardware getestet wurden. Und das bedeutet einige Änderungen bei diesen Treibern. Implementierung von SMM ist ziemlich unmöglich ohne dies. Sehen wir mal, wie das Ganze aussieht. Ein bisschen kleiner. Das ist die System-Memory-Region von dem alten ISA-PC, den wir haben, also ohne den ganzen PCI-Zeug. Es ist schön zu sehen, wie das Ganze aussieht. Das ist eine System-Region, die den gesamten Adressraum einnimmt. Wir haben den Speicher, der 128 Kilobyte groß ist, glaube ich. Wir haben einen Container, der die ganzen Unterregionen hält für die ganze Starbust-Mammel. Und man kann sehen, was jetzt genau hier sichtbar ist. Das ist dieses hier. Die anderen Regionen sind deaktiviert. Man kann die programmieren, dass die VGA-Bank-Register einiges von dem VGA-Speicher benutzen auf diesen beiden Bereichen. Und es wird in dem einen Fall aktiviert und es wird sichtbar sein für den Gast, weil es die höhere Priorität hat. Und es wird sich überlappen. die eine Region ist ein BIOS. Das ist für eine ISA-Maschine. Wie sieht es aus für unser Co-Emo 35 System? Sehr ähnlich. Wir haben natürlich die ganzen PCI-Regionen, die ich hier weggelassen habe, um genug Platz zu haben. Wir haben die SMM-Speicherregion, die natürlich schon in früheren Versionen dort war, für die grundlegende Funktion, die wir dort hatten. Was neu ist, das TSEC Workhole, das überlappt sich mit dem oberen RAM-Bereich. Das ist der oberste Bereich des Speichers und das hat eine höhere Priorität. Wenn der Gast versucht, diesen Speicherbereich zu benutzen, es würde nicht funktionieren, man bekommt nur FFF und nichts anderes. Auf diese Art und Weise können wir TSEC verstecken, von der normalen Systemübersicht verstecken. Da gibt es natürlich auch MMIO hier und MMM-Config den Adressbereich, natürlich EORPIC. Und das Q35-Chipset hat natürlich auch dort eine etwas höhere Adresse. Es ist disabled, es ist deaktiviert, um zu zeigen, dass wir es nicht benutzen, aber der Adias ist dort. Und wir haben für Message-Signaling-Interrupts dort zwei Speicherbereiche für den Flash. Wo der Flash 1 ist, Firebus Allerlifts, und der andere, wo der Code lebt. Kommt dazu später. Um den Zugriff zu aktivieren, zum SMM-Modus auf dem SMM-Speicher haben wir diese Region, welcher Alias er hat, zum Intrigen und hohen SM-RAM-Bereich und T-Sec und jeder von denen und jeder einzelne virtuelle CPU bekommt ihren eigenen Adressraum. Die sind dort. Diese beiden sind einmal SM-RAM, die sind verschieden, und der normale Speicher, der ganze normale Speicher auf der vorhergehenden Folie. Und wenn die CPU den SMM-Modus eintritt, dann kann die CPU all diese Bereiche lesen oder beschreiben. Und danach wird das wieder deaktiviert. Es ist nicht mehr sichtbar. Und wir haben einen dieser Adressräume für jede virtuelle CPU. Es ist also nicht möglich, SMP-Attacken zu nutzen, weil jeder CPU ihren privaten Adressraum hat. Es ist also nicht möglich, dass wenn man mehrere CPUs versucht, den SMM-Modus zu bringen, es ist also nicht möglich, den anderen Adressraum an der anderen CPU zu bearbeiten. Für jede CPU ist es deaktiviert oder aktiviert hiermit. Wir müssen natürlich auch um die PCI-Geräte uns kümmern. die benutzen für den Buzzmaster DMA dieses Bit. Das ist im Prinzip das Gleiche, wie jede CPU sieht, ob es nicht im System Management Modus ist. Man kann also nicht eine Netzwerkkarte oder Festplatte benutzen, um diesen Speicher direkt zu benutzen. Wir haben also auch das Problem, dass wir den Lockbit-Support implementieren müssen. Das ist unser Test-Case. Die Konfiguration für unseren Gast hat eine offene Konfiguration. Das bedeutet, dass wir den SM-RAM verfügbar machen können, selbst wenn es nicht im SMM-Modus ist. Der erste Teil ist also, dieses Test hier prüft also, ob das gesetzt werden kann. Und es ist tatsächlich auch offen. Der zweite Teil prüft und setzt das Lockbit und wenn man das Lockbit auf True setzt, dann wird das OpenBit auf False gesetzt und SM-RAM ist nur zum System Management Mode verfügbar dann. Und es wird auch das OpenBit geflippt, sodass man es nicht wieder öffnen kann. Dieses Lockbit wird auch die Konfiguration Sperren für TSEC Speicher. Das originale Q35 Chipset in physikalischer Hardware hatte einen Bug. Da ist ein Register, welches den Speicher Aufsteilung registriert, insbesondere was vor und nach 4 GB registriert wird, wenn man das Ganze sperrt. Es wird ein Lockbit gesetzt, um die Konfiguration zu sperren, wo TSEC und die Größe und das Enablebit sind gesperrt, aber nicht dieses Konfigurationsregister. Man kann dieses Konfigurationsregister netzen, um den Speicher wegzuschreiben und den Speicher dann doch zu benutzen. Das ist relativ einfach zu benutzen für QEMO dann. Wir müssen einfach nur den Speichersplit nicht so konfigurieren, sodass das Problem nicht mehr existiert. So kann man das auch nicht mehr ausnutzen. Und wir machen die Memory-Konfiguration mit Command-Line-Switches. Und alles ist ganz einfach. Das nächste ist die Flash-Sicherung, wo die ganzen Schlüssel und die Variablen gespeichert sind. Wir müssen das auch schützen. Und auf physikalischer Hardware arbeitet das so, dass wenn man schreiben möchte, wenn man das versucht, zu einem wird es in den Device-Modus gescheitert und es wird auch ein System-Management-Interrupt getriggert und der bringt das dann zurück in den Read-Only-Modus. Es ist relativ kompliziert und es ist auch ein Problem für Eraser-Tracken und es gab dafür auch schon positive Beispiele. Weil es auch physikalische Hardware ist, kann man das nicht fixen. Neuere Chipset-Versionen nutzen noch viel kompliziertere Protokolle, um die Races zu handhaben und wir haben versucht, dieses in einfacher Art und Weise zu machen. Als erstes haben wir zwei Teile, wir haben zuerst den Code und zweitens die Variablen, wo die ganzen Variablen und die Schlüsse gespeichert sind. und der Code ist normalerweise Read-Only. Firmware-Updates arbeiten in der Art und Weise, dass man sie auf dem Host macht. Firmware ist also ein ganz normales Distro-Package. Also wird das Ganze auch einfach zusammen mit QM geupgradet. Also man updatet dann auch die Firmware. auf dem nächsten Powerzyklus der virtuellen Maschine wird dann das Ganze aktualisiert. Wir haben den zweiten Teil des Flashes, welches die Variablen speichert und wir können ganz einfach alles wegwerfen, alles was geschrieben wird, was nicht im System-Management-Modus ist. Es ist ein Konzept, was wir von ARM ausgeliehen haben, mit dem Secure-Flag, was auf ARM benutzt wird, um Kernel-Mode und User-Space zu signalisieren oder auch als Bus-Signal. Das heißt, der Flash-Chip kann sehen, wann immer der Zugriff vom Kernel oder vom User-Space kommt und man kann auf die Art und Weise den Zugriff kontrollieren. Auf X68 wird das nicht als Bus-Signal implementiert. Also können wir beides nutzen, sowohl im Konzept und auch im User-Space. Es ist implementiert mithilfe von Memory-Transaktions- Attributen, wo das Secure-Bit gesetzt wird. Das heißt, der Secure-Chip kann dann entscheiden, ob wir diesen Schreibzugriff zulassen können oder nicht. Das ist eine ganze Menge einfacher als auch physikalische Hardware. So. Das funktioniert alles mit TCG, aber wir wollen es halt auch möglicherweise schnell ausführen, nämlich in KVM. Und jetzt schauen wir uns an, wie wir das umgesetzt haben. Wir können normalerweise nicht einfach die Memory-Region-Hierarchie an KVM weitergeben, also in den Kernel, der versteht das nicht. Das heißt, Coemo muss den Adressraum in eine Memory-Map zusammenfassen, was dann einfach nur eine verkettete Liste von Stots ist. Und diese Liste wird dann an KVM, an das Kernel-Modul gegeben. Und das Kernel-Modul kennt dann halt eben das. und diese Memory-Map wird dann von allen CPUs genutzt, also von allen virtuellen CPUs. Jedes Mal, wenn sich dann der Adressraum ändert, muss diese Map aktualisiert werden. Und das wird dann tatsächlich relativ teuer auf SMP-Maschinen, wenn wir denselben Ansatz gewählt, wie auf TCG-Maschinen, wo wir halt jeweils für jede CPU ein eigenes Mapping genutzt haben. Es hat dann halt eben, ja, es ging dann eben doch etwas anders. Das heißt, KVM hat nämlich seit neuestem Unterstützung für Adress-Based-IDs. Das heißt, wir können zwei Memory-Maps übergeben, nämlich eine für System-Management-Mode und eine für nicht-System-Management-Mode. Und diese ganzen Maps werden aber wieder über alle CPUs geteilt. Das heißt, auch mehrere V-CPUs machen das jetzt nicht langsamer. Wir brauchen noch ein neues IOCTL, nämlich, wir müssen nämlich KVM irgendwie eine Möglichkeit geben, zu sagen, dass jetzt ein System-Management-Interrupt passieren soll. Und dann hat noch das KVM-Run-Structure im Kernel ein SSM-Flag bekommen, sodass der Coimbo weiß, ob die V-CPU gerade im SSM-State ist oder nicht. Das hier sind dann die Adressräume im KVM-Modus. Sie sehen etwas anders aus. Wir haben zwei von ihnen, um halt eben diese beiden Memory-Maps zu generieren. Eine ist der CPU-Speicher, das ist die normale System-Ansicht. Wenn man also nicht im System-Management-Mode ist und für den System-Management-Mode haben wir dann eben diesen KVM-S-M-RAM Adressraum, der im Prinzip einfach SM-RAM ist, also ein SM-RAM-Container ziemlich ähnlich zu dem aus dem TCG-Mode allerdings in höherer Priorität und dann mit niedrigerer Priorität ein Adress zum normalen System-RAM. So, das war es also im Prinzip für KVM und dann müssen wir das natürlich auch irgendwie in UVMF unterstützen. Also haben wir uns einfach gedacht, das sollte eigentlich nicht so schwer sein, weil eben der ganze Gedanke dahinter war, dass wir mit SSM waren, dass wir eben den Code sharen können und wiederverwenden können und der SMM-Logbox-Code befindet sich im EDK2-Repo, aber die SMM-Initialisierung und die Händler dafür nicht. Also haben wir uns umgeschaut, haben die Intel-Leute gefragt, die halt eben dieses EDK2-Repo Maintain und was wir zuerst bekommen haben, es war ein Hinweis auf das Quark-Toolkit, was ein 32-Bit Referenz-Design von Intel ist und da war halt auch nur der 32-Bit-Code drin, was etwas enttäuschend war und Laszlo, ein Mitarbeiter von mir, hat ein Kollege von mir hat ein Bug da drin gefunden, was dann auch noch mal alles etwas verzögert hat. Wir hatten viele Diskussionen mit Intel, auch mit den EDK2-Maintainern und den Quark-Team und Security-Team Maintainern. Das Sicherheitsproblem wurde nicht besonders gut behandelt. Mir ist kein offizielles Security-Advisory bekannt, dass dazu veröffentlicht wurde, aber ein halbes Jahr später war dann der Code committed ins EDK2-Repository und zwar nicht nur im 32-Bit-Code, sondern auch im 64-Bit-Code, den wir dann auch bekommen haben. Also da ist halt auch der X64-Extra Port mit rausbekommen mit gefixtem Code. Und wir sehen halt derzeit einen kontinuierlichen Fluss an Änderungen und Erweiterungen und es ist halt nicht so wie bei Android, dass einfach nur ein Code-Dump kommt, sondern es sieht tatsächlich ganz gut aus. Es passiert tatsächlich, die Entwicklung passiert tatsächlich im Repo, im Offenen, also Open-Saucer. auszüglich. Das Schöne ist dann, weil es eben auch von OEMs veröffentlicht wird, sollte man dann irgendwann in der Lage sein, sich anzuschauen, welcher Code da tatsächlich auf dem eigenen Laptop läuft. Also ist das ganz schön, dass wir im Rahmen dieser Anstrengung diese Sache Open-Source bekommen haben. mit diesen ganzen Sachen erreicht, war es eigentlich dann relativ einfach, dass wir uns das ursprünglich gedacht haben. Es hat einige Versuche gebraucht, das korrekt zu bekommen, aber wir haben es dann irgendwann gemerged bekommen, einen Monat nachdem der Insansierung Code gemerged wurde. Das heißt, wenn ihr hiermit rumspielen wollt, braucht ihr QEMO 2.5 Linux Kernel 4.4 oder neuer, das sollte kein besonders großes Problem sein mit einer einigermaßen aktuellen Distribution, LibWirt Unterstützung, das hat etwas länger gedauert, in Version 2.1.0, das ist noch relativ neu, es könnte also sein, dass ihr es in eurer Distro nicht habt. EDK2 macht nicht wirklich Releases, also man kann einfach den letzten Git Snapshot nutzen, in Red Hat 7 nutzen wir einen Snapshot aus der Mitte des Jahres und dann sieht das in der LibWirt Konfiguration so aus. Ihr braucht den Q35 Maschinentyp, seht ihr hier, ups, das ist ein bisschen lang, ich mache es nochmal ein bisschen kleiner, damit es reinpasst. wenn ihr nicht die Default-Firmware, also wenn ihr nicht C-Buyers wollt, dann müsst ihr halt eben diesen Loader-Tag spezifizieren, mit dem wir, der heißt so aus historischen Gründen, kommt aus Xen-Zeiten, aber wir benutzen das jetzt nur, weil wir den Read-Only Mappen wollen. Secure benutzen wir für den Variablen-Speicher und Type-P-Flash bedeutet, dass es Flash-Speicher ist und dann dieses VRAM-Template, das ist ein Template, also eine Vorlage für den Variablen-Speicher, in dem Fall den leeren Variablen-Speicher und das wird dann, LibWord wird dann halt automatisch eine Kopie davon erstellen, irgendwo in WarLib LibWord speichern und die dann weiter benutzen in Zukunft. Und natürlich braucht man bei den Features System Management Mode angeschaltet, das ist halt standardmäßig aus, damit es auch auf älteren Versionen funktioniert. Der QEMO-Aufruf sieht dann folgendermaßen aus, man braucht halt wieder den Q35-Maschinentyp und man muss den System Management Mode anschalten, die hier erstellen das Flash-Gerät halt das erste für die Firmware für den Code, das wir halt eben auf Read-Only gestellt haben und das zweite für die Variablen, die wir auf Secure-Modus gestellt haben, was wir mit diesem Konfigations-Parameter tun und dann eben halt die ganzen weiteren Argumente zur Gendeutzung von QEMO. Eine ganz schöne Sache hier bei der QEMO-Unterstützung ist, dass man QEMO-Argumente einfach in die LibWirt-Konfiguration mit reintun kann, in diese speziellen QEMO-Tags. Man muss diesen speziellen Namespace importieren und dann kann man halt einfach das so spezifizieren. Das ist ziemlich nützlich, wenn man einen LibWirt hat, was System Management Support nicht unterstützt, dann kann man das halt so reinbauen. es wurde speziell gemacht, damit Entwickler an neuerem QEMO-Kram entwickeln können, was noch nicht von LibWirt unterstützt wird. Das heißt, man kann dann einfach die QEMO-Commandline halt direkt da drin bearbeiten. Ich betreibe eine Jenkins-Instanz, die automatische Firmware-Bits erstellt. Man findet es unter dieser Adresse. Jedes Mal, wenn etwas Upstream Committed wird, wird ein neuer Build angetreten, das heißt, es wird relativ häufig geupdatet. Es ist ein einfacher Weg, eben die EDK2-Firma zu installieren, also das Open UVMF-Format. Es gibt auch noch Pakete für CBIOS und Cobot, aber für uns ist halt UVMF am interessantesten. Es gibt drei verschiedene Varianten. Es gibt hier eine, die heißt NeedSMM, das ist halt die mit System Management Support. System Management Support ist eine Compile-Time-Option, das heißt, das Binary funktioniert nicht ohne System Management Support und es braucht eben auch Q35, weil ältere Versionen einen nicht ausreichend großen T-Stack haben. Poor EFI ist dann einfach eine EFI-Firmware, die funktioniert dann sowohl auf Q35 als auch E4 440 Fx, aber hat eben keinen Secure Boot Support, als Service CSM, das heißt, mit CBIOS Unterstützung kompiliert und man kann das dann halt in der Virtual Machine direkt nutzen und wenn man damit irgendwie rumspielen will oder sowas, dann kann man das halt benutzen. wie ist die Uhr? Okay, wir haben genug Zeit für eine Demo. Also Lass uns dies hier benutzen. Also dies hier ist Geräte-Manager, das ist die Secure Boot Konfiguration, man kann sich das angucken, es ist deaktiviert. Und Ops, I just noticed I missed the slide, but I can show it in the Demo. Ich habe die vorwiebesprungen, aber ich kann es in der Demo zeigen. Lass uns hier rausgehen. OVMF kommt ohne irgendwelchen Schlüssel für irgendeinen Schlüsselspeicher und wie man die hinzufügt, mit ein bisschen ISO. Das hier ist ein ISO-Image angebracht in das SCSI CG-ROM. Das hier ist eine EFI-Anwendung, die genutzt werden kann, um die Default-Schlüsse hinzuzufügen. Die Schlüsse hinzufügen und Secure Boot Support aktivieren. Dann kann wir neu starten. und dann es stoppen. Die reason ist dass ISO-Image was Secure Boot ist nicht signiert. Das ISO-Image, was Secure Boot aktiviert, ist nicht signiert, sodass Secure Boot das nicht erlädt. Also nehme ich einfach dieses hier. Let's kill this one. Erstmal dieses hier wenden. das ist das hier. Das ist das Wir können sehen, das Secure Boot ist aktiviert und wenn man sich jetzt das hier anguckt, kann man die Zertifikate sehen, welche geladen werden, welche von dieser Anwendung geladen werden. Das erste ist ein Windows-Schlüssel, den Microsoft benutzt, um die ganzen Windows-Betriebssysteme zu signieren. Das andere ist ein Schlüssel, den Microsoft nutzt, um Third-Party-Anwendungen zu signieren. Zum Beispiel wird er benutzt, um Linux-EV-Anwendungen oder Dual-Boot-Anwendungen zu nutzen. Und natürlich auch PCI-ROMs und Ähnliches. Und die Red-Head-Version von diesem ISO hat das natürlich auch den eigenen Key installiert. Okay, let's close it. Lass uns das schließen. Okay. Okay. That's the end. Das ist das Ende. I didn't do this all on my own. Ich habe das nicht alles alleine gemacht. Das war ein sehr relativ geringer Teil. Zum Beispiel die Q35-Chipset-Implementierung. Auch Paolo war daran beteiligt, der den ganzen KVM und TCG-Code beigetragen hat. Das ist ein KVM-Colonel-Maintainer. Und das meiste hat innen drin gemacht, innerhalb von OWMF. Und das ganze Gerede mit den Intel-Leuten und die Sache mit dem Source-Code für die SMM-Initialisierung war Laszlo. Und der hat die meiste Arbeit gemacht am Ende, wenn das Ganze geht. Die Slides sind online, auf diesem Link. Das ist es. Irgendwelche Fragen. Irgendwelche Fragen habt. Wir haben vier Mikros. Eine kurze Frage, ein wenig hochlevelig. Das funktioniert, virtuelles Secure Boot mit C-Gruppen und wird es? Ist das überhaupt relevant? Ich glaube, für Container ist das überhaupt nicht relevant. Ist da irgendein Bedarf davon, für Secure Boot in diesem Environment? Nee, ich glaube, da müsste man einen komplett anderen Ansatz wählen. Da hat man ja gar keine virtuelle Maschine, da hat man keine Firmenwelt, wo Container laufen. Also da hat man keine Firma, die in den Containern läuft. Wird Fragen vom Internet? Es gibt keine Fragen aus dem Internet. Wir danken auch mal dem Vortragenden für diesen tollen Vortrag und aus der Übersetzungskampagne. Wir werden da etwas outsiders haben. Wir werden da aber auch auf der Übersetzung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.